Hallo und Willkommen! Wir wollen euch heute zeigen, wie man ein altes Game Boy Advance Spiel frägt. Naja, ein altes Kim Possible. Und dann lass uns mal loslegen. Wir versuchen es zumindest zu fetzen. Ich habe jetzt ein volles Deo Perfum natürlich genommen. Mal sehen, ob das klappt. Okay, schon ein paar Dellen sieht man. Oh, warte, ich brauche etwas Spitzes. Das ist ein kleines Ganz kurz, kleine Überbrechung. Was spitzes, das ist eigentlich nicht. Egal. Hier sind sie noch gleiche Stift. Ja, es wird sich nicht eingedäht. Es sieht man jetzt gar nicht. Ja, okay, es ist ziemlich eingedäht. Ähm... So, vielleicht kann man hier mit da reingehen. Und das so... So, jetzt ist es eigentlich vielleicht sogar fetzen. So, noch einen Moment. So, jetzt geht es schon etwas weiter. Ist das wichtig? Ja. So, jetzt ist es zu laut, oder? Ja. Ist es ein bisschen zu laut? So. 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 Okay. Warte. 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 Einfach mal die Scheiße hier einreißen, oder jetzt mal die Folie hier abmachen, damit wir auch sehen, dass wir Dellen drin sind, oder ne? Dreh doch mal was. Ja, ja. Dreh doch mal was. Ja, ja. Dreh, dreh. freelerin. 3 5